Jo, meine Freunde, was geht ab? Ich bin bei dir hier am Start mit einem kleinen Informationsvideo für die, die es interessiert. Heute ab 22 Uhr circa Burr-Stay-Stream-Beginn. Ich habe morgen am 1. und 2. Geburtstag und werde 26 Jahre jung. Ne, jung kann man nicht mehr sagen. Alt! Und haben mir gedacht, ey, Junge, 2K-Subs sind fast erreicht. Machen wir doch einfach mal die Facecam an bei 2K-Subs, ja? Subscriben könnt ihr hier, ist normalerweise ein Button bei euch, könnt ihr machen. Und heute haben wir auch einige Gewisse am Start, 2-3 Knives, Redskins, alles Mögliche, all das, was ich noch reindonatet bekomme. Ich werde ein kleines Case-Opening machen. Wir werden Case-Opening-Battle machen. Wir haben sogar eine kleine Arena vorbereitet, wenn das dann alles gut geht. TeamSpeak, äh, unser Community-TeamSpeak ist wieder ab, ja? All das werdet ihr heute mitbekommen, ja? Also es wird heute auf jeden Fall einigermaßen fett. Und für die, die jetzt noch Langeweile haben, jeden Tag neue Uploads auf YouTube. Falls ihr das schon gesehen habt, ja, Rasiel hier übelst am Upraychen, Vorspiel, dann ein komplettes Match. Guckt es euch an, bereitet euch vor, holt euch was zu essen, was zu trinken. Um 22 Uhr spätestens geht's los, circa 22 Uhr, vielleicht auch ein bisschen später. Scheißegal, schaltet ein, seid mit dabei. Wir sehen uns!